In einem Heim. Ja, Lebenshilfe. Also unselbstständig. Das Jugendamt hat ja bis er 21 war finanziert und jetzt lebt er in einem Erwachsenenpflegeheim, Lebenshilfeheim, wo das Jugendamt jetzt nicht mehr finanziert, jetzt sind andere dran. Ja, also Daniel, er war als Kind, als kleines Kind, als Baby, als kleines Kind, als Schulkind in der Grundschule ein ganz liebes Kind, sehr sensibel, sehr neugierig, er wollte immer alles wissen. Und ja, ganz plötzlich hat das in der Schule begonnen, dass die Lehrerin gesagt hat, sie hat das Jugendamt eingeschaltet. Was war der Grund? Ja, der Grund war, dass Daniel gezappelt hat im Unterricht, geschaukelt hat mit seinem Stuhl. Wenn die Lehrerin Fragen gestellt hat, hat er dann mit der Antwort schon herausgerückt, bevor sie die Frage fertiggestellt hat. Weil er sie wusste? Weil er alles wusste, ja. Und er hat dann auch gesagt zur Lehrerin, es ist so langweilig hier, das ist alles für Babys, für Kindergartenkinder. Und die Lehrerin hat ihn dann immer wieder bestraft, ja, immer vor die Tür gesetzt. Er musste dann teilweise vor morgens bis mittags vor der Tür stehen, ja. Und irgendwann ist das alles eskaliert, also innerhalb von Wochen, ja. Was ist denn passiert? Dann ist passiert, dass der Daniel dann nicht mehr vor der Tür stehen bleiben wollte, weil er gesagt hat, warum soll er überhaupt zur Schule gehen, wenn er doch nur vor der Tür steht. Und dann ist er zum McDonalds gegangen. Ich war in der Schule zur Besprechung. Ich habe dann auch sofort gemacht, was die Lehrerin sagte, ich soll zu einer Psychologin gehen mit dem Daniel und berichten, dass er in der Schule, also in der Klasse während der Unterricht stört. Das habe ich auch sofort dann gemacht. Und diese Psychologin damals, in Passau war das, ja, hat dann auch sofort einen Intelligenztest gemacht, ja. Und das hat aber ergeben, dass er 128 IQ-Punkte hat, also über den Durchschnitt, also dass seine Probleme nicht an der Intelligenz liegen, ja, dass er das nicht begreift, dass man nicht schneller mit der Antwort heraus wird. Und welche Lösung hat man dann angeboten? Ja, das Jugendamt hat sofort als Lösung gesagt, das Kinderheim. Die wollten ihn erst nach Marktwö am Inn in ein heilpädagogisches Heim bringen. Und da waren die dann bei mir, die zwei Jugendamtsdamen. Sie sind zu dir nach Hause gegangen? Zu mir, ja. Was haben sie bei dir gesucht oder was haben sie geguckt? Nein, sie haben mir zu Hause vorgegeben, vorgegeben oder ich soll den Daniel doch nach Marktwö hier in dieses heilpädagogische Kinderheim. Und das hast du gemacht? Ich habe sie rausgeschmissen. Ich habe gesagt, nein, mein Kind hat ein Zimmer, sein Kinderzimmer, hat seine Familie, und zwar nur eine Mutter, kein Vater, der sich kümmert, aber er hat eine Familie, er braucht kein Kinderheim. Und was war die Folge dessen? Die Folge war, dass die sofort, wie später erfuhr, sofort zum Amtsgericht gefahren sind und dort sofort das Aufenthaltsbestimmungsrecht bei einstweiliger Anordnung entzogen haben. Also damit sind mehr oder weniger direkt zum Gericht gefahren und haben beim Richter einen Beschluss gestellt und sofort bekommen. Und in diesem Beschluss stand, dass sie, dass das Jugendamt sich irgendwie zum Vormund selbst erklärt hat, mit Hilfe vom Richter. Ist das so gewesen? Ja, genau. Und was war dann die Folge? Dann gab es zwei Wochen später eine Verhandlung vor dem Amtsgericht, eine Anhörung. Vor welchem Amtsgericht? Passau. Passau, ja. Ja, bei Herrn Hamann. Das war der Richter? Das war der Richter, ja. Und wie hieß damals der Leiter vom Jugendamt oder die, die da involviert waren? Oh Gott. Hast du vergessen? Ja. Okay. In der Aufregung. Ja. Und was ist denn passiert? Ja. Vor dem Richter? Ja. Vor dem Richter, ich war mir sicher, dass ich den Richter erklären kann, ja. Also meine Sicht. Und er wird dann sagen, es ist alles in Ordnung. Natürlich behalten sie das Aufenthaltsbestimmungsrecht. Und natürlich bleibt das Kind bei ihnen. Also ich war mir 100% sicher, ja. Dass sowas nicht passieren kann. Dass das einfach nur vom Jugendamt irgendwie. Rache, Akschinen. Ja. Dass kein Richter der Welt sowas mitmacht. Ja. Ja. Und dann hat mich der Herr Hamann, der Richter, gefragt, was ich für eine ganze Sache halte. Und ich habe gesagt, ich halte davon gar nichts. Das Kind bleibt bei mir. Und ich habe dann gesagt, dass die Lehrerin sollte ein bisschen mehr auf mein Kind auch eingehen. Ja. Und. Ja, komm rein. Ja. Also mehr auf den Jungen eingehen. Und ja, nicht vor die Tür setzen. Weil damit bewerbt sie ja nur, dass er eines Tages sagt, was soll ich in der Schule, wenn ich eh nur immer vor der Tür bin. Also ich habe da Verständnis gehabt, dass er dann zu McDonald's gegangen ist. Und was hat der Richter entschieden? Ja, der Richter meinte, was denke ich noch, wie kann man dem Jungen helfen? Und ich habe gesagt, ja, dass ein Kind wie der Daniel hilft, nur ganz viel lieber. Ganz viel lieber? Ja. Konsequenz und ganz viel Liebe. Und da hat er mich ausgelacht. Also der Richter hat mich ausgelacht. Richtig schäbig. Wie alt warst du damals? Ich? Damals war ich 34. So, was hat er beschlossen, der gute Richter, der deutsche gute Richter? Was hat er beschlossen? Ja, das Aufenthaltsbestimmungsrecht bleibt entzogen. Und der Junge muss ins Heim. Das hat er dann beschlossen. Das heißt, er hat im Grunde genommen legalisiert, das, was das Jugendamt bereits zu Fakten gemacht hatte, mehr oder weniger. Hatte du so einen Anwalt? Ich hatte eine Anwältin, aber sie hat kein Wort gesagt beim Gericht. Also sie saß nur neben mir und hat nichts gesagt. Und hast du sie aufgefordert zu reden, dich zu verteidigen? Ja, aber sie hat trotzdem nichts gesagt. Weißt du den Namen von der Anwältin noch? Ja, also dann war die Gerichtsverhandlung zu Ende und dann hat sich das Jugendamt erst gar nicht gemeldet. Also nichts gemacht. Erst Monate später haben sie dann verlaugt, dass mein Sohn dann in die Psychiatrie kommt erst mal zur Untersuchung. Und das kam dann auch so. Der musste dann in die Psychiatrie, in die Kinderpsychiatrie. Und... War er ein Verhandlung? Nein. Er war überhaupt nicht krank. Das heißt, es gibt Ärzte, die mitgemacht haben? Ja, natürlich. Er musste dann in die Psychiatrie und mir wurde ja das Aufenthaltsbestimmungsrecht, das medizinische Sorgerecht, also für medizinische Sachen und das Schulrecht entzogen. Und was hast du noch für euch gehabt dann? Was? Welche Rechte sind dir übrig geblieben? Ich glaube, Erziehungsrecht gibt es noch. Das Erziehungsrecht hast du dann gehabt? Ja. Sehr interessant. Und wie könntest du das ausüben? Gar nicht. Und das Kind ist da gar nicht mehr. Und dann kam er in diese Psychiatrie und von der Psychiatrie wurde er dann nach fünf Monaten nach Würzburg gebracht, ins Kinderheim. Mit deinem Einverständnis? Mit? Deinem Einverständnis. Nein, aber ich wurde da auch nicht mehr gefragt. Das heißt, du hast das erfahren, dass er schon gemacht wurde? Ja, ich wurde dann unterrichtet, er wäre jetzt in Würzburg im Heim. Ich wurde dann einfach angerufen vom Jugendamt und wurde mir mitgeteilt, er ist in Würzburg im Kinderheim. Und wie alt war Daniel zu dieser Zeit? Elf Jahre alt. Elf Jahre alt? Ein kleines Kind. Ein kleines Kind, ja. Ja. Hast du ihn besuchen können? Nein. Hast du gewusst, wo er war? Ja, die Frau hat ja gesagt, wo er hingebracht wurde nach Würzburg. Und Telefonnummer von der Gruppe auch gegeben. Könntest du mit ihm telefonieren? Ja, einmal im Monat. Einmal im Monat? Mhm. Was hat er zu dir gesagt, dieses Kind? Er will nach Hause. Jedes Mal? Mhm. Und konntest du was machen? Ja. Nein. Hast du einen Anwalt genommen? Hast du dir gedacht, vielleicht ist für eine Anwältin schlecht? Ich habe drei Anwälte. Also da hat nichts genutzt, weil die Anwälte tun nichts. Hast du eine Erklärung, warum die Anwälte nichts tun in deinem Fall? Mhm. Sie wollen nichts tun. Also das waren Familienrechtler, aber... Uns beim CED wird ständig und immer wieder berichtet, was du gerade gesagt hast, dass nichtdeutsche Elternteile nicht verteidigt werden in diesen nicht öffentlichen Sitzungen von den Familienrichtern. Das heißt, nichtdeutsche Elternteile stehen ohne Verteidigung oder nur eine Formverteidigung an ihrer Seite. Die Anwälte schweigen. Und das ist uns praktisch jedes Mal berichtet worden in so einem Fall. Das ist wahrscheinlich der Grund, warum sie dich nicht verteidigt hat. Sie hat das deutsche Interesse vielleicht verteidigt. Gut, und was ist dann mit Daniel anschließend geschehen? Wie lange ist er da geblieben? In dieser Klinik? Also erst war er in dieser Psychiatrie, dann ins Heim und nach drei Monaten Kinderheim Würzburg durfte ich ihn sehen. Also da durfte ich dann hinfahren und durfte ich ihn dann sehen. Für wie lange? Halbe Stunde. Eine halbe Stunde. Wie lange bist du da hingefahren? Um in drei Stunden gefahren. Drei Stunden, hast du eine halbe Stunde gesehen. Und was hat er dir gesagt in dieser Zeit? Er ist mir nach Hause. Und war jetzt da jemand dabei, der das beobachtet hat, dass du ihn wieder getroffen hast? Du warst alleine mit ihm? Mit Seid, mit dem Kleinen. Mit dem Kleinen. Da war er ein halbes Jahr noch. Ein halbes Jahr. Und dort habe ich dann auch erfahren, wo er schon im Heim war, er hat gesagt, Mama, die geben wir hier Medikamente. Und dann habe ich erst erfahren, dass er schon lange Monate zwei verschiedene Medikamente kriegt. Das war in welcher Stadt? In Würzburg. In Würzburg, ja. Und da bekamen diese Ritalin für hyperaktive Kinder und dann Risperdal. Das ist dieser Lauraleptika. Und dann? Irgendwann ist er rausgegangen aus dem Heim, oder? Ja, dann... Ja. Das... Ich habe ihn da rausgeholt. Also da hat dann endlich... Ich habe eine neue Anwältin genommen. Und er hat das alles erzählt, was passiert ist im Heim. Da... Mit der Vergewaltigung. Vielleicht musst du uns das ein bisschen erklären, weil wir wissen das noch nicht. Ja, sie hat mir gesagt, dass jetzt was Schlimmes passiert ist. Und dazu hat sie ja eine Viertelstunde gebraucht, bis sie endlich gesagt hat, was passiert da. Und dann hat sie gesagt, dass der Daniel von zwei Jugendlichen, 16-Jährigen, mehrfach vergewaltigt wurde. Und diese Frau hat ja mit Sicherheit bestimmte Schritte eingeleitet. Nein, sie hat gesagt, sie tut nichts, weil ich gesagt habe, haben sie schon die Polizei informiert. Und sie hat gesagt, nein, sie tut das jetzt auch nicht. Ja, sie muss erst mit den Jugendlichen dort alle reden. Und sie hat das schon im Griff. Ja, ich soll mich nicht aufregen. Ich soll beruhigt sein. Ja, und dann sie wieder... Am Montag sollte ich sie dann wieder anrufen. Also das war am Freitag, wo sie mich anruf. Und da hast du am Montag angerufen? Nein, ich habe sofort dann von zu Hause aus, nachdem ich das Telefon aufgelegt habe, habe ich dann sofort einen Rechtsanwalt angerufen. Und diese Anwältin hat sich dann, Gott sei Dank, aufgelegt. Und sie meinte, das geht nicht, dass dieser Heim diese Sache vertuscht, weil die wollen das vertuschen. Welches Heim war das? Welches Heim war das? Das war Würzburg-Kinderheim, ja, evangelische. Evangelische von der Diakonie? Ja, genau. Und dann haben sie dann Ermittlungen aufgenommen, weil die Anwältin hat dann Anzeige erstattet, gegen diese Jugendliche und gegen das Heimpersonal, wegen Aufsichtspflichtverletzung. Weil das ist ja eben... Das ist ja nicht nur Aufsichtspflichtverletzung, das waren auch viele mehr, die anders vertuschen wollen. Ja, wie ich das richtig verstehe. Ja, dagegen hat sie keine Anzeige gemacht. Und dann ist der Daniel rausgekommen aus dem Heim? Ja, ich habe ihn dann rausgeholt. Gegen den Willen sogar des Personals, das, was ihn behalten wollte, richtig? Genau, also die Anwältin hat dann gedroht zum Kinderheim, dass das nicht geht. Er wurde von zwei 16-jährigen Jugendlichen, wo Daniel dann einfach mehrere Wochen mehrfach im Po vergewaltigt. Das geht dann nicht, dass er dann da drin bleibt. Wurde das Heim des Personals, die Verantwortlichen, wurden Sie bestraft oder wurden Sie verhört, diese Leute? Nein, das wurde dann eingestellt. Es wurde dann sofort die Ermittlung gegen diese Leute eingestellt. Weißt du noch, was das war damals? In Würzburg. Ja, aber welche Leute das war, wie die hießen. No. Ja. Vielen Dank.